Affen, die Kunden so bei uns bestellt haben, eine Hanel Jäger Next im Kaliber 308 mit einem DD Optics NFX 2,5-15x56 mit i-Fiber-Absehen und einem Hanel JGR Schalldämpfer. Wir haben einen Kunststoffschaft mit verstellbarer Backe, eine Dreistellungssicherung mit einem Anspannersystem. E-Optics NFX 2,5-15x56, einem jagdlichen Zielfernrohr mit 4er Absehen mit i-Fiber-Leuchtpunkt und Automatik und einer Parallaxe-Verstellung. Affen, die Kunden so bei uns bestellt haben, eine Hanel Jäger Next.